Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Februar 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Wersten. Das Objekt wird über eine Etagen heizt und beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 65 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 700 Euro pro Monat. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017